Wir hatten uns sehr gut vorbereitet. Wir wussten, wer der Gegner ist und unser Ziel war natürlich, die zu verärgern. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. Wir wussten, dass Hertha Bess einen sehr großen Kader hat. Wir wussten, dass die uns unter Druck setzen. Wir hatten uns aber sehr gut vorbereitet. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr stolz an dieser Mannschaft. Wir haben alles gegeben. Also heute Nacht gehe ich wirklich ganz stolz nach Hause. Wir sind ein kleiner Verein, aber trotzdem bin ich sehr froh, sehr stolz. Ich bedanke mich an den Vorstand von der FC Wilmersdorf und an meine Jungs, die haben sich wie Löwe verkauft und wir Konzidenz für die Liga haben. Genau, das ist FC Wilmersdorf. Hätte ich vorher gesagt, dass wir die Herr Taner unter Druck gesetzt haben, würde keiner glauben. Alle würden denken, dass ich verrückt bin, aber zum Glück, ich bin nicht verrückt. Wenn sie das Ergebnis gucken, denke ich mir, wir haben es verkauft. Dankeschön.